Der Diesel-Skandeil ist scheiße, ey, das kotzt mich ja an langsam. Und wie wollen Sie das denn machen? Ich hab mal ein bisschen zick-tick. Also sagen Sie jetzt doch mal was. Es ist eine Totenstille, ey. Als wenn der gestorben ist oder ihm einer die Zügel ausgeschliffen hat, also dieser Vollfuss. Boah, Mann, sind sie groß. Zum Löwen kriegt am besten jeder eine Druckmaschine. Ja? Also, ja, was wollen Sie von mir? Lachen Sie mich hervor! Wir brauchen verstärktes Militär für mehr Sicherheit im Land. Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Leg mich hervor! Also, ey, diese Präsidenten, ey, das kotzt mich ja an. Das ist mein persönliches Kommissar! Mein persönliches Kommissar! Dieser Diesel-Skandal kann ich mal am Ohr schlägen. Das ist so ein Scheiße! Das ist so ein Scheiße! ... Vielen Dank.